Ich bin Level 4 Aufbessern? Nö. Kann ich das überhaupt irgendwie aufbessern? Ja. Aber nicht jedes. Gut. Und den Überhelm hier. Den kann ich auch noch lange nicht verwenden. Noch lange nicht, ey. Ja. Ich weiß gar nicht. Hier und so. Also es wird immer irgendwie, weil das Gartotal oder whatever hier nicht richtig will, ist der Sound nach einiger Zeit, wenn ich zu lange aufnehme, versetzt. Und das ist gerützt, finde ich. Aber das kann ich nicht ändern. Hauptsache, ja, man kann es sehen. Es ist halt nur Sound ganz minimal versetzt. Das stört mich persönlich sehr. Aber kann ich nichts dran ändern. So. Mach ich einfach mal diese Mission hier. Das ist, ja. Warum kann ich das dann nicht? Keine Ahnung. Ich mach das hier. In der Hoffnung, dass da mal was geht. So. Auch in der Hoffnung, dass mich meine Kollegen hier irgendwie nicht nerven, weil ich hab ja hier alle Freunde drin in meinem Account hier. Ich werd doch nicht mein, mein extra, diesen, diesen Koloss-LP-Account hier mit verknüpfen und dann nochmal 50 Euro aufladen. Arsch auf hab ich auch nicht, ey. Geld scheißen kann ich immer noch nicht. Ich bin wichtig, dass ich die Gefallenen über Maschinen im Kosmodrom hermache. Und ich vermute, dass sie nicht einfach nur plündern. Was immer sie suchen, wir sollten es vor ihnen finden. Ja, ich dachte mir so, ich mach mal spontan ein bisschen Aufnahme. Äh, weil ich auch mal wieder ein bisschen brauch. Ich wollte jetzt alle... Ich glaube, zwei meiner Woche wollte ich, äh, Video von Destiny raushauen. Und da brauch ich erstmal... Noch ein bisschen Futter zum Raushauen. Ich registriere starke gefallenen Aktivität bei der vergessenen Küste. Ach, Quatsch. Das ist meilenweit weg. Quatsch. Hier geht es um Fahrzeugnitzwerk der Hüter. Damit könnten wir von unserem Schiff aus ein Bodenfahrzeug rufen. Ich hab noch gar kein Ding ins, ne? Kann das sein? Mein Gott. Scheiße, ich bin voll schlecht, ey. Ich hab seit ein paar Tagen nicht mehr gespielt. Die ganze Zeit Sans-Raum-Zocken. Für mich. Ich bin hier ständig sehr viel nur für mich am Zocken. Ja, Mann. Ich weiß doch, wie das geht, ey. Ich guck nur gerne in diese Hüllen rein. Weil hier manchmal Kisten sind. Und das ist, äh... Issio. Da hinten ist ein Level-30er. Der interessiert mich grad wie Pickel am Arsch. Nämlich gar nicht. So. In meinem linken Augenwinkel sehe ich, wie meine Tonspur sich bewegt. Und das ist echt nervig. Gott, ich sollte es runterstellen, ey. Nervigt mein Hintergrundbild nur noch. So, äh, ja. Ich spiele auch nur mit diesem Charakter, wenn ich halt aufnehme. Das ist, warum ich... Scheiße. Nebenbei nicht level mit dem hier. Ja. Höher, höher. Ich weiß gar nicht, was ich für eine Knarre habe, ey. Was ist das hier? Schrot, yo. Also es ist am Anfang immer noch so ein bisschen blödel. Blödsinn hier. Und ich habe immer noch keinen Sparrow. Das ist das Schlimme. Kriege ich hoffentlich jetzt, ey. Da. Yay. Ich kriege meinen Vogel. Obwohl, habe ich nicht schon einen? Prinzip. Im Prinzip habe ich doch schon einen, oder? Schlüssel, Lagerdaten. Verschränkte Kettverktonen. Ja, ich habe doch... Wir sind verbunden. Guck mal, jetzt kriege ich noch so einen Billow, äh... Sparrow, aber den brauche ich gar nicht. Ich habe ja dieses... ...Görle-Teil hier. Das gibt es ja umsonst. Gab es mal eine Zeit lang umsonst, glaube ich. Kostet sonst spezielle Punkte oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Mit Rang, schieß mich tot und sowas. Ups. Immer... Immer gucken hier. Oh Gott, hier sind wo Gegner. Das... ...sieht nicht so toll aus. Was ist das? Schar. Ich mag die Schar nicht. Wow, noch ein Fragezeichen-Level. Ja, ich dreh durch, ey. Scheiße. Ich glaube, ein Reinfliegen. Das sind bestimmt Level 20 oder mehr. Ja, ich habe keine Ahnung, warum die überhaupt hier so rumlaufen. So, ich werde jetzt auch nur diese Mission erstmal machen. Und dann mache ich jedes Mal... ...Präuschen dazwischen. Weil das dann vielleicht ein bisschen besser wird mit den Sound-Lags. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Dass der Sound vielleicht langsamer verarbeitet wird oder... ...anders frame-mäßig. Ich habe keine Ahnung, wie das hinhaut. Oh, komm. Ich habe mir auch noch selbst geblendet, ey. Gott, die Knarre ist voll für den Sack, ey. Schnauze hier, ey. Wo seid ihr? Hinten. Leck mich am Arsch. Gib mir eine Sekunde. Mhm. Das Signal ist gestört. Keine Gefallen. Checken wir das andere. Das andere, jo. Gibt es hier eigentlich auch irgendwelche Kisten? Vielleicht nicht hier. Ich habe keine Ahnung. Oh, da unten vielleicht. Kacke. Ah, ha, ha. Ich finde mich gerade fast selbst ausgenockt, ey. Ehrlich, wie oft ich mich immer selbst umbringe, ist echt Wahnsinn. Letztens versucht, diese 9000 Punkte mitmahl zu kriegen. Das ist was übelst, übelst scheiße ist eigentlich. Und dann habe ich mich auch so auf den letzten Meter, also auf die letzten 50 Punkte irgendwie irgendwo einen Hang runtergeworfen. Weil ich blöde bin. Ich kann doch aus der Hüfte schießen. Aber nicht so gut. Hey, wo ist er? Großkotz. Großkotz ist natürlich irgendwo anders. Da ist er. Hey, du. Käpt'n Großkotz. Du bist ja. Hat ein scheiß Rückstoß, das Teil, ey. Alter, ich will den Typen hier abmuxen und keine Faxen machen, ey. Ich verstehe kein Wort. Ich weiß nicht, ist das Russisch? Ja, das sollte Russisch sein. Aber ich verstehe kein Russisch. Okay. Soll ich denn hin? Himmelswacht. Mein Gott, hoff, den scheiß Vogel, ey. Im Moment habe ich auch noch keine Aufträge oder sowas. So nebenbei, Mission. Die kann ich mir, glaube ich, ab Level 4 holen. Aber da war ich mir gerade nicht sicher. Ich lasse mir lieber noch einen Moment. Und dann machen wir das. Oder so. Ab Level 5 können wir nochmal reinschauen. Ich weiß auch nicht, wie viel ich jetzt aufnehmen werde. Solange ich Lust habe. Halt, missionsweise. Natürlich. Natürlich. Party. Oh Gott, die Mission kenne ich noch. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Hu ha. Da, da, da. Was ist da? Da, da, da. Das. Kann ich jetzt gar nicht gucken, was da, da, das ist. Was mache ich eigentlich mit meiner Super? Was ist das? Okay Beim ersten Mal habe ich noch voll Stress mit dem gehabt, ey Dem Dicken Habe ich sie mal umgeboxt, ey Beziehungsweise umgemessert Umgemessert, warte mal, jetzt muss ich mal was schauen hier Was war das für ein Gewehr? Ein Scout-Gewehr Was eigentlich viel besser ist als meins Naja, vom Schaden hier Ey, ich meine, was ist das nur für ein Arsch, ey Hier ist auch alles für ein Arsch, ey Was für ein Müll Totaler Müll, ey Hey, ich schieße mit einem Scout-Gewehr Oh Gott, ich weiß genau, was hier abgeht Die sind so kacke unsichtbar Kommt um die Ecke Los, bewegt euch Ah, okay Ah, kacke, ich, ich, ich wusste es Erstmal bin ich so oft kaputt gegangen Hier, ey Ja, 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 ja Komm, ich bin scheiße Ich weiß es Hallo, stirbt doch einfach Ach ja, immer die falsche Tasse Natürlich Äh, ja, nachladen Okay, da ist es nachgeladen Jetzt geht es hier wieder los mit den komischen Idioten da oben Zack Die Gefallenen sind mit irgendetwas hinten in diesem Raum verbunden Wow, wow Vielleicht kommen sie wieder und wollen mich verprügeln, ey Meine Granaten sind noch gar nicht Okay Wow, da kommt der nächste Oh, yo Kann ich still überhaupt auf dem Radar sehen Feuerzeichen Hallo, Kollegen Ach ja Ach ja, ach ja Ach, komm, Mann, Mann Steuerung Setz den scheiß Geist hier ein, ey Mein Gott Natürlich Party Na toll, ey Oh, oh Ich muss mich verstecken Na toll Na toll, ey Ey, nur weil ich so kacke bin, ey Oh, das ist echt schlecht heute Scheiße Zumindest ist das jetzt nicht so hart hier Wisst ihr was? Mir ist gerade was aufgefallen Scheiße, ich hätte es mal gleich machen sollen Das Ding ist langsam, ey Ich mag das Gautgewehr nicht so richtig, weil das so scheiße langsam ist Oh Yo, jetzt geht's los hier, ey Daran denke ich noch gar nicht so oft Weil ich zu doof dafür bin oder so Glaube ich Dass ich die super hab Das, äh, daran muss ich mich jetzt mal gewöhnen Ich spiel sonst mit dem Jäger oder dem Warlock Oder bei dem Warlock-Werker ist es auch ständig Meine Fresse Was geht's los hier, ey Soll ich mich denn verstecken, ey Komm Noch einen Moment Oh, yo, klar Da vorne Leck mich am Arsch, ey Wow Wow Und das dauert mir viel zu lange Wenn ich daran denke, was ich im Moment alles wegmähe Wie mähen Wie rasen Oh man Halt mähen Weg mähen Wie ich die alle umniete bei mir, ey Und meinem anderen Hier hab ich so lustige, putzige Zahnstoß-Schießmaschinen oder so Keine Ahnung Die Dinger sind echt scheiße, die Waffen, ey Oh, wir sollten das Ding zerstören, hab ich gehört Jetzt ist es kaputt Viele haben sich bekommen wegen der Firewall Alte Erde Russisch Hör mal Die Legenden stimmen Es hat wirklich ein Kriegsgeist den Untergang überlebt Rasputin Eine KI zur Verteidigung der Erde Er hat die Dunkelheit bekämpft und überlebt Und er schützt etwas hier im Kosmodrom Wir müssen irgendwie an ihn rankommen Hm Ob das uns gelingen wird? Das weiß ich jetzt noch nicht Glaube ich Kriege ich jetzt was Schönes? Hä? 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 Wahnsinn Ah Guten Abend, halt Wahnsinn Ist ja der Wahnsinn, ey Nicht Hm So Es gibt ein Upgrade Das werde ich mir gleich mal hier reinziehen Ein Der Bonus Ach cool Das ist Ähnlich wie beim Warlock Der hat ja auch so ein Kaputt Ding So Jetzt könnte ich mal gucken Hier Jetzt könnte ich ja den hier benutzen Der hat ja Im Prinzip Ist das derselbe Oder Oh das ist sogar derselbe Nur ein bisschen mehr Schaden Ha Kann ich die Scheiße endlich wegschmeißen hier Weg weg So So und hier Lächerlich Lächerlich so gehen wir eben schnell turmen nein machen wir nicht so das war es dann mit der ersten Aufnahme glaube ich oder ja das war es dann mit der ersten Aufnahme mit der ersten mit dieser neuen Aufnahme halt mit dieser Aufnahme und dann würde ich sagen sehen wir uns in der nächsten Aufnahme tjo bis dann